Da. So. Komm dann da rein. Einmal Wasser bitte. Da hinten zwei. Muss ich gucken, was ich dann hier... ... zusammen... Erde... Das kann ich mal weg, das kommt da hin. So, dann... Oh, ein Hirsch. Na, ich weiß jetzt, das ist jetzt nicht das Interessanteste auf der Welt. Ah ne, das war falsch. Da oben ist er weg. Warte, ob ich da hochkomme. Waaah. Bitte. Darf ich noch bald in den Lager rein? Dass es nichts Unmögliches ist, was ich da schaffe. So. Dann kommt hier noch eine hoch. So. So. Da weg. Ich hab' gar nicht an, woher das liegt. Ich hab' gar nicht an, woher das liegt. Da oben rein. Jetzt ist das nächste. Obwohl, die da oben, die kann ich auch was machen. Richtig bei. Da. Ja. Na, Gott. Ich hoffe, das mach' ich auch richtig hier und nicht. Totalen Murks. Ich sehe schon, es fehlt mindestens eine Lager. Jupp, ein Lava. Oh, super. Ich hoffe, ich mache hier nicht echt totalen Murks. Ich kann das nicht auswendig. Wieso ist es hier? Aber auf dem kann ich es auch nicht. So. Oh, im Karton hier. Da ist Lava. So. Na gut, dann lehnen wir mal den einmal wieder. Und wird es Nacht? Kommt mir irgendwie so vor. Ja, ich glaube, es wird langsam dunkel. Hm, hier ist eine Tomate. Gucken wir mal was unsere Ernte macht. Zuckerrohrwachs gefälligst. Ah, kein Zeug. Oh, das ist ein Zeug. Hm, das hat natürlich noch keinen. Geht's mit. Oh. Warte, hab ich. Ah. Geschauerts, ich denke. Ah. Oder auch nicht. Ah. Das ist aber schön dunkel. Das ist nicht gut. 3, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ich weiß nicht, wie ich hier brauche. Ok, 11 waren zu wenig. Noch 1, 2, 3, 4, 5. Noch 1, 2, 3, 4, 5. So. Na gut. Nehmen wir die mehr. Nichts Bettchen. Das ist unbedingt 2-3, aber ich hasse es. So. So. Dann können wir ja weitermachen mit der Lava gleich. Packen wir nur schnell das Kugzeug hier weg. Kleine Bälle. Ein paar Tomaten. So, da kommst du hin. So. Scheiße, Enderman. Mach ab. Wow. Klappt ja einmal. Ich hoffe, die Olle Katze ist da jetzt weg. Ich möchte echt sehr, sehr ungern von ihr in irgendwas reingeschubst werden. Jawoll, sie ist weg. Jetzt. Hallo Fuchs. Tschüss. Na ja. Waren wir wieder ein bisschen Lava. Aber. Ihr könnt weiter am Nedator basteln. Bei Lauffeld haben wir überhaupt Flint. Schnauze. So. Schnauze. Du. Viel Zeug. Schnauze. Schnauze. Ähm. Erde. Muss ich dann doch einmal die Treppe wegkloppen. Oah. Nein. Ich bin so dämlich. Na, ich bin so dämlich. Na, ich bin so dämlich. Nein, ich bin so dämlich. noch einmal jetzt verschwinde wasser doch mal mir brechen sich das bekloppte wasser aus ich will gleich wieder weggenommen naja sieht doch schon einigermaßen aus zwei obsidianen müssen wir haben da oben und schwupp von weit zu gut das war nicht besonders schön aber so wie auch unsere zwecke füllen da muss ich einmal wegpacken ein stück eld erreicht flint und doch noch und das war glück ich denke mal dann gucken wir noch mal kurz da rein das behalte ich das kann da rein ho und da rein ich will nicht zu viel zeug verlieren deswegen dann nehmen wir hier nur zwei pfeile dann ziehen und 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 ich werde aber nur kurz reingucken weil wir haben keine ausrüstung nix deswegen will ich nur mal sehen dass er das tor erstellt und wo wir landen wie es da aussieht wahrscheinlich werden wir sterben wahrscheinlich werden wir sterben aber sowas von äh das jetzt nicht das kann nicht sein oder das ist doch dämlich das ist doch dämlich hallo ey das gibt's nicht alter das gibt's doch nicht was für eine scheiße ist denn das? und ich kann nicht wirklich mal ey kieße kieße was wir sind bei alter Ich dreh durch. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Die größte Skelette, da hab ich Angst vor. So. Das kann ich jetzt nicht gebaut, das hier auch noch hier sparen. Aber, was ist das? Hier ist ne... Ne. Dazu fällt mir nix mehr ein. Also, so gefährlich bin ich noch nie gespawnt. Hinter einem ne... Festung. Und vor einem... Einen riesen Abgrund. Wo man unterstützen kann. Also. Das war jetzt nicht der in Ernst. Ich hab Angst. Da jetzt ein Gast schießt. Bin ich dran. Muss ich doch noch mit Kobbel ersetzen noch. Ey, das geht aber gar nicht. Ich mach' hier so'n Sicherheits... ...din, die das auch mal drücken kann. Achso, nee. Nee. Mein, das ist ja ganz so schlecht aus hier im Nähter, aber... Nee. Komm. Direkt vor ner Festung. Bah. Okay, tschüss. Das ist mir zu gefährlich. Und dann Gas hinschießt, dann ist... ...alles vorbei. Alter, aber so'n... ...spawn hatte ich echt noch nie im Nähter. Ich hab' hier rein. Das ist ja übel. Gut. Mhm. Das bedeutet, wir werden dann in den nächsten Folgen erstmal ein bisschen... Sachen farmen Und Schweine spawnen natürlich in dem Dings Guck, wie's da raus will Ha! Nee, dann kommt mir nicht Komm her, hier Guck, dann ernte ich mal gleich weiter Weil ich eh schon hierbei bin Oh, hab ich jetzt gar nicht mitmachen Dann war's das jetzt auch mit der Aufnahme Vorerst Und wir sehen uns dann Hm Wenn ich gleich drinne bin, sag ich's Ah, dieses Nether-Portal, das ist echt... Nee Was soll das? Hilfe! Das ist echt der ungünstigste Spawner Ich meine, okay, die Festung gleich nebenan ist okay, aber Ob das man dann überhaupt nicht nach vorne oder hinten laufen konnte, das war übel Naja, wir sehen uns dann das nächste Mal Bis dann Bis dann Es ist super auf